Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3, ja ich habe mir gedacht, ja an dem 4 sind wir jetzt schon auf genug gefahren, er ist zwar geil, aber ich habe mir gedacht wir müssen auch mal wieder was anderes fahren und ja wir haben ja den C63 AMG Black Series mal kurz angehaucht, ja da dachte ich aber mit dem machen wir jetzt mal weiter und mir ist auch in den Kopf gekommen, dass wir den ja mal in Forza Motorsport 6 als Zwift Wunsch hatten und da habe ich mir einfach gedacht, ja den nehmen wir einfach, ich habe den einfach quasi das Design sowie auch das Tuning aus Horizon, aus Motorsport 6 importiert und ich dachte ja was wir damals ja aufgebaut haben, wir haben ja quasi den AMG Black Series einfach nochmal so ein bisschen schärfer gemacht, der ist ja nicht viel krass anders da wie der normale Black Series, aber doch ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen andere Optik und ja den haben wir jetzt einfach mal importiert und ich denke mit dem werden wir auf jeden Fall auch viel Spaß haben, Black Series trifft ja auch wirklich zu bei dem Ding hier, jetzt hier schön mit matt, matt schwarz habe ich den da ja gemacht und dann mit diesen roten Akzenten und dann halt hier AMG drauf, ja ich glaube mit dem können wir auf jeden Fall heute viel Spaß haben, guten Sound haben wir garantiert, ja wir haben auch den neuen, den C63 S Coupé haben wir an der Folge damals auch aufgebaut, den habe ich jetzt nicht importiert, ich dachte wir machen es einfach mal mit dem hier und ja was ich noch machen wollte, bevor wir rausgehen, die Huben, wir haben ja neue Huben freigeschaltet bekommen und ich glaube die LKW-Hube ist jetzt auch mal langsam über, 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 überfällig, deswegen gucken wir mal was wir jetzt da neu haben, der Hochzeitsmarsch kennen wir schon, da Dingsbums haben wir auch schon, die Tonleiter haben wir auch schon, alles klar, Soundeffekt, da steht jetzt neu, was wir alles haben, ja super, dann hören wir doch mal an. Ja, das ist gut, ja, Yacht, Kuhglocke, okay, aber das war es schon, oh schade, ähm, ja gut, nee, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Ja, ich nehme die mal, komm, scheiß drauf und äh, ja, wir gehen einfach mal raus und dann fahren wir natürlich die zwei verbliebenen Rennen in dieser Meisterschaft noch weiter. Ja, könnt ihr gerne machen, aber ich habe dich ja ausgeschaltet. So, wobei, warte mal, ich glaube, ich muss das einfach nur, äh, warte mal, wo war denn das nochmal, unter Einstellungen, wenn ich unter Hat, Hat Gameplay, wenn ich da alles einmach, dann ist ja Anna da, aber halt deaktiviert, aber kann ich sie dann trotzdem benutzen dann, naja, wahrscheinlich nicht, egal, ist egal, ich will sie auch nicht benutzen, so. Äh, wir haben Nachrichtenzentrale, wir haben nochmal Designbelohnung bekommen und, äh, Schichtenkuppelohnung, okay, ja, sehr cool, da werden schon einige Sachen geladen. Designbelohnung, was, 43 Mal wurde was geladen, 24 Mal verwendet, alter Latz, not schlecht, not schlecht, nein, das ist eigentlich nein. Ähm, Fortschritt, wir haben Fähigkeiten-Shop, wir gehen auch gleich mal rein. Äh, was haben wir denn? Äh, achso, da brauchen wir drei für, die Horizon-Promo, die könnten wir schon machen, aber auch hier könnte man ein bisschen weitermachen. Äh, da müssen wir mal gucken, äh, was haben wir hier noch, Geisterstand bei Flaggen, ja, das ist Quatsch. Ist das nochmal, aber Blaupause-Löffeln, okay. 20% mehr Credits aus abgeschlossenen Blaupause-Löffeln-Listen, aha, was ist das? Ihre erstellenden Inhalte werden weiterempfohlen, das Herausladen von Tuning-Lackieren bringen, wuh, das ist cool, also da müssen wir hin, ja. Wenn mich noch nicht mal hier Tunings und so weiter, äh, macht, dann, äh, muss ich da, muss ich das da als nächstes hier mal anstreben, hier, ah. So, gut, wir machen jetzt aber weiter. Und wir, äh, Weltkarte. Und da müssen wir grad gucken. Ah, ja, genau, hier sind ja die Meisterschaften, dann nehmen wir einfach das da mal und fahren da mal hin. Mit unserem, boah, das ist Gedonner, ey. Ja, wir sind mal gespannt, ob das Motorsport-Tuning hier auch taugt. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, also wenn es in Forza Motorsport das Tuning performant getaugt hat, dann wird es das hier auch. Und wie schon gesagt, das ist, das war ja nur eine leichte Steigerung. Das ist jetzt kein hier mega krankes Tuning, da könnte man noch viel, viel mehr rausholen. Also, die Reifen sind Standardbreit, ja, das ist nur eine Sportmischung drauf, statt eine Straßenmischung. Aber da könnte man ja auch noch eine Rennreifenmischung drauf machen zum Beispiel. Motortechnisch könnte man auch einiges mehr rausholen noch, aber, ja, ich denke trotzdem, dass das Ding hier ganz gut performt. Und ich meine, der Black Series ist ja auch nicht schlecht, ja, muss man ja ganz klar sagen. Aber jetzt gucken wir gleich, wie wir gegen die Konkurrenz so anstehen können. Machen wir da einfach mal hin. Und dann machen wir hier, ja, Meisterschaft fortsetzen. Und da wählen wir den hier aus. Unsere schwarzen Kröberbruder. So. Ladezeit, wie immer. Ah, das ging jetzt ein bisschen schneller sogar, sehr schön. Skyline-Ausblick-Rundschräger, ja, die sind wir schon mal gefahren, das stimmt, aber jetzt nicht im Zuge einer Meisterschaft. Und da gucken wir jetzt mal. Wie wir hier so zurechtkommen. Der SLS da macht natürlich auch gleich richtig Druck. Go, 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 go. Oh, ja, Topspeed da fehlt ein bisschen. Gegen so ein SLS, aber... Völlig normal. Wir wollen ja aber auch... Bäh. Ach, ja, gar nicht so einfach hier. Wir sind doch vom Rasen. Komm, 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 komm. Komm, zieh durch. So, hier gegen die BMW-Armada. Wir wollen ein bisschen dagegen stängern jetzt. Haben wir jetzt Lager gewechselt, ja. Aber läuft ganz gut. Ja, lass mich durch. Komm, komm, komm. Bam, 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 bam. Ja, ohne Kollision geht's nicht. Ups, sorry. Vorwärts. Juhu, wir haben was freigeschaltet. Ja, fährt sich aber schon richtig gut. Also Motorsport-Tunings funktionieren auch hier. Da können wir ja schon mal beruhigt sein. Tuning ist natürlich freigegeben. Nennt sich allerdings Twiff, weil es damals ein Twiff-Wunsch war und ich hab das nicht extra umbenannt. So. Und, ja. Läuft ganz gut, muss ich sagen. Der AMG. Brüllt nicht nur laut, er kann auch fahren. Wenn wir jetzt keine Scheiße bauen, dürfen wir dem nächsten Sieg entgegenfahren. Aber der Sound ist schon geil. AMG ist... Das können sie. Sound können sie. Das kann man ihnen echt nicht abstreiten. sehr schön. BAM! So läuft der Hase. Sehr schön. Deshalb mach ich hier die Orga, während du die Rennen fährst. Ja. So. So, ein bisschen Credits wieder rein. Sehr schön. Erfahrung. Und... Oh ja, ein F12-Berlinetta. Warum nicht? Aber wir kriegen wieder noch Credits. Naja, immerhin etwas, ne? So. So, ein bisschen Parfums wieder dazu. Dam, 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 dam. Musik ist geil. Kann man, kann man einfach lüchen bekommen. Willkommen zurück, Boss. Sie nehmen noch an einer laufenden Meisterschaft teil. Soll ich eine Route zum nächsten Rennen festlegen? Oh yeah. Da wissen wir ja, was wir jetzt zu tun haben. Dann würde ich sagen, da machen wir jetzt mal ein bisschen hier Drift-Action im AMG. Und ihr seht, das kann er auch gut. Ja, man kann auch andere abrahmen. Das war nicht so gut. Sonst springt mir das, der Fähigkeitspronus nämlich nichts, wenn ich hier alles ab, ab, äh, abgrasche. So. So, ein paar Fast-Treffer können wir noch hier durchziehen. Tjo, tjo, tjo. Tjo. Tjo, tjo. Sehr schön. Oh, ich glaube, wir haben einen Blitzer da vorne. Da können wir auch direkt noch dazuhängen. So. Sehr schön. Sehr schön. Ja, der Stadt macht schon Spaß. Aber ein bisschen größer dürfte die Stadt schon noch sein. Finde ich. So. mal aufpassen. Sonst werden wir hier noch abgecrasht. So. Oh, die Straße haben wir noch gar nicht da vorne. Ups, sorry. Den können wir eigentlich machen. Okay, gegen... Das wird heftig, glaube ich. Aber ich soll es mal probieren? Ich probiere es mal. Gegen SL-65 ist schon übel. Black Series gegen Black Series, aber... Schauen wir mal. So, da bremst hier ab. Scheiße. Und ich fahre hinten drauf. Er war nicht so schlau. Jetzt zieht er mir ganz schön ab hier. Das hätte ich eigentlich ausnutzen sollen hier. Wo geht's denn lang? Bin verwirrt. Ah, ich muss hier abbiegen. Nein. Oh Gott, okay. Das verliere ich. Ja, und da kann man nicht durchfahren. Natürlich nicht. Den fordere ich gleich nochmal raus. Ja, Revanche. Die Route war einfach nicht meine. So, da fahren wir jetzt ganz schnell hinterher. Oh, ja. So fordert man hier perfekt raus. Oh ja, was sagt ihr, BMW? So, ein Penner. Drückt ihr mich aber in Gegenverkehr? So, jetzt. Du mit deinem SL. Jetzt zeig dir, wie's geht. Jetzt aber richtig. Oh, ich glaube, es geht offroad. Na ja, gut. Okay, was soll's. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ja, was durchzieht. So, jetzt aber. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Ja, stimmt. Ja, stimmt, da gab's ja was mit Linksverkehr. Vergess ich immer wieder. So, jetzt aber. Fahrgut zum Rennen. Wir wollen die Meisterschaft natürlich beenden. Das ist doch klar. Ja, perfekt eingeparkt. Gar nicht, kommt nicht mehr raus. Wenn man den Einlenkpunkt verpasst, ja, ist nicht so geil. na ja, gut, na ja, gut, na ja, gut. Ey. Das sind so aggressiv, die Penner. Das sieht gerade echt geil aus mit der Stadt im Hintergrund. Da muss ich gerade mal, glaube ich, ein Foto machen, oder? Foto. Sieht gut aus mit der Stadt so im Hintergrund. Teil der Stadt zumindest mal im Hintergrund. Ich finde es gut. I like it. So. Speichere ich das mal ab. Aber ich kann es auch mal richtig speichern. Ja. Richtig so. Dann müssen wir jetzt aber das Wasser zeichnen. Ja, setzen wir da hoch. Das passt schon. So. Teilen. Einfach teilen. Alles teilen. Ja. So. Und den Foto-Motor als Verlatten. So, jetzt aber. Oh, da vorne haben wir noch ein EP. Aber wir könnten jetzt den Blitzer noch mal probieren. Das ist zu schnell. Okay. Machen wir mal so. Okay. Zu langsam. Noch schneller hier durch. Wie schnell muss man da sein? 20 km. Noch mal schneller. Okay. Not bad. So, das nehmen wir noch schnell mit. So. Jetzt aber zum nächsten und letzten Rennen dieser Meisterschaft. Und da haben wir in der Super-Aufgang-Klage alles gewonnen bis jetzt. Dann gucken wir mal, ob wir hier den ersten Pokal entgegennehmen können. Wäre ja schon cool. So. Stadt-Tour. Ja, das haben wir glaube ich auch schon gemacht. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Nordstadt-Rundstrecke. Nee, nee, haben wir noch nicht gemacht. Neue Strecke auf jeden Fall. So. Gucken wir doch mal. So. Ja, schön. Ja. Und da lang. Aua, 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 aua. Oh, Celle. So. Komm, Angriff, Angriff, Angriff. Hier die BMW-Armada da voraus. Na, ein bisschen Assi hier vorbeidrücken. Muss auch sein, ja. Da schließlich AMG, da darf ich das. So. Hier ist die Schikane. Gekonnt, äh. Naja, gekonnt ist anders, aber immerhin rumgekommen. Und dann geht's gleich in die dritte und letzte Runde. Und wir liegen bereits in Führung. Also der AMG geht schon richtig vorwärts hier. Und ich hab mal gern zu bremsen. Mal wieder. Ja, bremsen tut man halt nicht so gern. So. 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 Na, die sind auch hinten dran. Also einen Fehler darf ich mir jetzt nicht leisten, aber kommt's ja eigentlich auch nicht vor. So. Ja, ich werd auch immer wieder gefragt. Wegen dem Club. Wegen dem Autoclub, was man machen kann. Ja, leider hab ich's noch nicht freigeschaltet. Also, sobald's freigeschaltet ist, werd ich's direkt eröffnen. Aber das dauert, glaub ich, noch ein bisschen. So wie ich gehört habe. Deswegen müsst ihr euch nur ein bisschen gedulden, bis ich den Club aufmach. Das mit dem Autofahren liegt dir wirklich. Wusstest du das? Ne. So. Ja, schon. Dann kriegen wir sogar einen Erfolg für Champ. Achso, ja, weil wir eine erste Meisterschaft gewonnen haben. Yeah. Sehr schön. Dafür gibt's doch bestimmt nochmal einen Bonus, oder? Oder wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt nur fürs Reden nämlich hier. Aha, aha, aha. Ich hab's schon gedacht, wir kriegen schon wieder einen Evo. Okay, wir kriegen Credits. Oh, das gab ja aber richtig viel dazu. Not bad. Not bad. Muss man mal ganz klar so sagen. So. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir, äh, noch nicht gemacht haben. Äh. Ja, überall neu, 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 neu. Ja, ist alles neu, tatsächlich? Krass. Ja, dann machen wir da, wo wir grad stehen, nochmal, oder? Aber sind wir das nicht grad gefahren? Achso, in die Meisterschaft, aber das Fanrennen sind wir hier noch nicht gefahren. Deswegen. Das ist nochmal dann extra. Wollen wir das dann nochmal machen? Oder ein andermal? Aber ein andermal, oder? Da gibt's doch bestimmt jetzt hier noch so ein, genau, machen wir mal so ne, so ne, äh, ne Löffelliste. Machen wir mal so was. Schwierigkeit ist grad schwer. Ja, oha. Ja, dann machen wir das mal. Schon wieder ein Gerücht über einen Klassiker. Ist das nicht großartig? Ich würde glatt meinen Job hinschmeißen und hauptberuflich nach diesen Dingern suchen, wenn ich nicht schon den besten Job der Welt hätte. Okay. Ja, da hinten war doch auch noch mal irgendwo was, oder? Oder haben wir das schon? Das haben wir anscheinend schon. Okay. Ja, gut, okay. Dann. Wenn ihr auf der Suche nach den heißesten Tracks und den größten Screens seid, dann wendet euch nicht an mich. Sie wurden mit der neuesten Festivalerweiterung in Surfers Paradise installiert. Im Ernst. Die machen hier eine Show, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Also folgt einfach dem Lärm und den Lichtern und bleibt nicht stehen, bis ihr den Strand seht. So. Auf nach vorne. Machen wir mal noch eine schwere Löffelliste. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich habe ja schon Probleme bei den leichten, ne? Aber gut. Gucken wir mal, ne? Ups, so da. Ui. Sorry. Haben wir mal abgeräumt. Uh, was haben wir hier Schönes? Was haben wir hier Schönes? Ein 488 GTB. Oh yeah. Das ist geil. Das ist richtig geil. No. Lassen Sie sich bei 241 kmh im Ferrari 488 GTB erwischen. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Bestimmt so nach einer Kurve direkt auch noch oder so. Na, gucken wir mal. Oh, ist das Ding geil. Ich bin ja ein kleiner 488 GTB-Fan. Das muss ich ja ehrlich sagen. Nice. Alter, der zieht richtig gut durch. Okay, das ist der Blitzer von vorhin, wo ich es schon nicht mit drei Sterne geschafft habe. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen abbremsen hier. Ein bisschen ist gut. Okay, nochmal zurück. Das war ja jetzt, äh, das war ja nix. Das mit Bremsen habe ich noch nicht so ganz raus. So, jetzt aber nochmal neu. Ja, vom Rasen runter. Nein, das reicht nicht. Okay, nochmal neu. Ja, da muss man, glaube ich, echt perfekt rum und nicht auf dem Rasen landen, weil das hat richtig ausgebremst. Also, da müssen wir nochmal kurz probieren. Ja, gut, ist auch Schwierigkeit schwer, ja, muss man ja sagen. Wie viel Zeit haben wir denn? Das hat bestimmt Zeit begrenzt, ja. Nicht so viel Zeit. Weil ich bin jetzt gerade am überlegen, wenn, ob man, wenn man von der, von der Seite kommt hier, ne, ob man da mehr Speed vielleicht draufkriegt von dem Knick. Ähm, allerdings kann ich mir vorstellen, dass man halt fast, das schafft man nicht, da rüber zu kommen in der kurzen Zeit. Also, muss man das schon mit der Route hier machen. Gibt's, äh, nicht so jetzt die alternative Route. Ich meine, wir könnten einfach mal probieren, als Idee, einfach gar nicht mit so mega viel Speed da rum zu gehen. Also, das mal vielleicht so mit, versuchen mit 220 oder so da rum zu fahren. Jetzt machen wir mal so 230. Sollte ja reichen, um da rum zu kommen, oder? Äh, nicht ganz. Ne, das reicht nicht. Okay. Okay, das ist echt nicht leicht. Das ist schwer. Das heißt auch, es ist schwer. Also, es ist schwer. Ja, gucken wir mal. Ob wir da, äh, jeden kriegen, irgendwie, äh. Egal. Also, ich geb's zu. Ich, ich, ich bekenne mich schuldig. Eigentlich hab ich noch Bock, den 488 GdB die ganze Zeit zu fahren, ja. 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 Oh, komm, noch mal. Vielleicht auch den Gang runterschalten, dass man mal ein bisschen krasser durchzieht. Und quasi in vierten Gang zurück. Und dann richtig schön durchballern. Ist natürlich hier verkehrt, das ist nicht so geil. Das reicht aber auch nicht. Oder? Ne. 7 kmh. Wir nähern uns an. So. Oh je. Diese, 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 diese Bucketlists, ey, die. War schon der Horror beim zweiten Teil. Da hab ich immer so hundertmal gebraucht, bis ich das hingekriegt hab. Ich mein, ich könnte auch mal so ein bisschen über den Rasen cutten oder so. Noch ne Option. Sollad, das war ein bisschen zu vieles gut jetzt hier. Ja. Komm, 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 komm. Jetzt hab ich ja wieder nicht, oder? Ah, das ist aber knapp. 4 kmh. Ah, verdammt. Ich muss noch mehr Risiko gehen da. Ja. Gar nicht einfach. Gar nicht. Aber vierter Gang ist glaub ich schon mal nicht schlecht, auf den vierten Gang ein bisschen zurück zu gehen. Ja, wer kriegen's noch hin? Wer kriegen's noch hin? Komm, 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 komm. Ja, auf dem Rasen anbremsen ist nicht so schlau. Versuche was wert. Ja. Jetzt aber, oder? Ja. Okay. Das war der Trick. Man musste einfach ein bisschen über den Randstand heizen. Eingeprockt und ausgelöffelt. Schließen Sie fünf Löffel, ist die Nachausforderung ab. Okay. Sehr schön. Und juhu. Bereit, ein neues Festival zu eröffnen. Sehr schön. Es geht wahrscheinlich ins Outback. Ich denk's mal. Ich weiß es nicht. Ich denk's mal. Ich weiß es nicht. Ich denk's mal. Ich weiß es nicht. Gucke mal mal. Ja, so würde ich das mal sagen. Mit großen Schritten voran, Boss. Ich habe eine Liste der möglichen dritten Locations. Sieh sie dir einfach auf der Karte an. Ich erledige den Rest. Ja, wir können entweder... Das Outback. Der natürliche Lebensraum von Kängurus, Reptilien und Geländewagen. Oder das Yarra Valley. Australiens Weinlandschaft. Perfekt, wenn du beim Fahren draußen auch mal was Grünes vorbeischimmern sehen willst. Ja, also es gibt nicht nur drei Gebiete, wie ich es zunächst gedacht habe, sondern es gibt auch noch ein viertes. Und zwar das Yarra Rally. Aber wir nehmen jetzt das Outback, weil ich habe es das letzte Mal schon so gesagt. So, ja, ja, wir nehmen das Outback. Ja, und jetzt heißt es endlich mal, wir gehen so mal richtig ein bisschen Offroad. Und das ist ja eine der großen Stärken des dritten Teils. Und deswegen, ja, wir gehen ins Outback. Sieh dir doch mal die neue Festival-Location an. Aber keine Eile. Das ist Australien. Das Outback geht so schnell nirgendwo hin. Nur 42 Prozent. Da bin ich aber enttäuscht, ey. Also Outback ist doch Pflicht jetzt hier. Bam. Ja, da haben wir Platz auf jeden Fall. Ja, Route festlegen. Machen wir. Aha. Oh, Löffellistel Blaupausenpunkt. Das ist ja auch geil. Können wir unsere eigene Löffelliste createn. Ja, das ist eine ziemlich gerade Strecke da hinten hin. Und ich glaube, ich habe auch schon das richtige Fahrzeug dafür, um da hinzufahren. Ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Hallo, Boss. Von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Ja, das machen wir sicherlich mal noch. Aber an der Stelle sage ich jetzt einfach mal, vielen Dank fürs Einschalten. Denn das war schon wieder eine Folge Forza Horizon 3. Und in der nächsten Folge geht's ins Outback. Und ich habe auch schon das richtige Auto, um da hinzufahren. Also, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschaui. 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 Tschaui.